Du kommst zu uns in den Matrizenbau, zu Continental nach Weisbach. Die Abteilung, die mich am meisten angesprochen hat, war der Matrizenbau. Darauf habe ich mich dann entschieden. Wir sind Marktführer im Vakuumprägen. Es müssen Leute sein, die ein technisches Verständnis haben, Liebe zur Präzision haben, die das Endprodukt sich vorstellen können, die es auch kontrollieren können, die bereit sind, kritisch ihre eigene Arbeit zu bewerten, die, wenn es Herausforderungen gibt, sich denen stellen und sagen, okay, lass uns zusammen gucken, wie wir das Problem lösen. Es ist ein gutes Gefühl, große Herausforderungen anzugehen und dabei zu wissen, dass man sein Team und den Chef im Rücken hat. Wir haben alle gemeinsam echt Spaß. Wir können lachen, wir lachen eigentlich so ziemlich den ganzen Tag, machen aber trotzdem unsere Aufgaben. Diese Silikontücher, die haben ja diese Prägung drauf, die stellen wir alle selber her und die werden dann unten im zweiten Teil unserer Abteilung eingebaut. Die Aufgabe sieht einfach aus, ist sie aber nicht. Es ist jeden Tag eine neue Herausforderung, wenn jemand kommt und einen Auftrag möchte, wo für uns unmöglich erscheint, den durchzuführen und einfach mit Stolz nach Hause zu gehen und zu sagen, ey ja, wir haben es wieder geschafft. Wenn du dich hier gefunden hast, dann nimm einfach mit uns Kontakt auf.